Keine Ahnung ob kein verrücktes ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorher. Aber ein Positivist. Ja, wenn endlich den unvernichtbaren... ...dezenerated, er wurde bei Liebe der Leibe knallhart verbrannt. Äh... Wo sind die vier fertig sind? Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht keinen Grund sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten, den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Müssen Sie sich endlich mal herzlichen kriegen? Äh... Äh... Wird sie jetzt im super normalen oder wird er einfach so schon im normalen äh... ...diskussiert auch nicht. Danke, dass du auf mich gewartet hast, dass ich da nicht machen durfte. Aber ich habe eine Vorahnung, der war hier. Guck, ob warte ich aus dem Dach fit werden kann, dann gehen wir zum nächsten Abschnitt. ... ... ... ... ... ... ... 6.000 Euro, aber auch Plasma-Iver muss gut versorgt bleiben, das Ding ist einfach zu stark. Ende aller Tage abgeschlossen, ich glaube nächstes Kapitel des Peter Mägen Entschatten und das allerletzte ist dann der Biest. Mr. Clark, ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangler. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkram, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Knotenkeits. Okay, keine Verwassung mehr für uns. Ich hab ja auch nichts. So, dadadadada. Äh... Hey! Keine Dose auf diese Toilette, oder? Wann, ich hab schon mal. Der normale Wappel da auf Mono-Fail. Ah, wir sind hier! Ach, das ist ja so. So. Ah, ich wusste schon gar nicht. Dann haben wir nochmal gespeichert. Was ist denn hinter mir? Aua, ich hab' den Garten, wo schreist der? Ah, ein bisschen abgesichert. Da ist schon schon mal was. Okay, ich schreibe ich das Geld. Okay, ich schreibe ich das Geld. Oha. Ja, wir... Frachtlieferung 7.8.2 wird ausgeliefert. Für weiteren Frachttransport wird Chinesemodul benötigt. Ah! 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 Alsotons99 speaking, gibt es die Fakti ist mein Blunden-E bringen. Oh! Das ist so dumb. Ja, das ist dann auch keine Verbefahrung. Ich glaube auch jeder. Jetzt kommt auf! Morgen. Hallo! Dann nuestra Wappel abonniere. Geht los! Was ist das? Geh! Krachtlieferung 782 wird an Hangerwucht ausgeliefert. Der letzten Aufzug. Sie können ihn jetzt in Schatten fallen. Nein. Leid von mir ab. Keine Wurst, ah der ist gut. Ja mal zu sehen, dass es die normale Babys auch gibt. Okay, ich muss hier wieder zurück. Die Knöpfe sind ein bisschen um die Fremde. Nicht so lecker aus, nicht so lecker. Wirklich nicht das Haus genossen. Ich habe die Stromzufuhr zum Aufzug wieder hergestellt. Bring ihn zum Hangar und schaff den Marker an Bord des Shuttles. Ich gehe gleich hoch zum Flight Deck. Oh Gott, ich renne lieber. Drück mir die Daumen. Ich hoffe uns alle, dass das ein bisschen wird. Da müssen wir hin. Hier also. Toiletten. Perfekt. Auch wegen T4 lässt sich wohl ein bisschen gehen. Das war doch zur Toilette noch einmal schwerer Muni. Und hier sind wir wieder am Anfang. Gefährliche Anomalie gesteuert. Quarantäne wurde aktiviert. Quarantäne aufgehoben. Quarantäne aufgehoben. Wann schnaufen ich. irgendwelche Anomalie gesteuert? Ich habe die Anomalie gesteuert. Falsches Läge aus. Ich habe die Anomalie gesteuert. Nächsten. dass ich den Kaffee mit gefährlich ist. Und... Speichert. Jungs. Jungs. Du hast die Anomalie gesteuert. Ausgezeichnet. Ich werde jetzt das Shuttle andocken. Ganz vorsichtig, sachte. Ich bringe das Shuttle jetzt runter. Die automatische Verladesteuerung reagiert nicht. Sie müssten die Schwerkraft im Hangar deaktivieren und den Marker manuell unter das Shuttle bringen. Oh, das kann spaßig werden. Wo ist die Steuerung dafür? Schön Schiff hier. Eintritt Schwerelosigkeit. Schiff hier. So, ist sie umgeschaltet? Nein, bäbis. Ganz im Engel. Da gibt es selbst noch ein paar Vorräte Nur nicht von dir richtig vernünftiger Nur nicht von dir Wieso Schienenhofenlein? Achso. Kann ich bitte... Und dann schwelg ich Tränen. Jetzt gucken wir mal was schneller. Oh, 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 oh. Oh, das ist so ein bisschen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, Herr. Schwerkraft wieder her. Ich sollte dann den Marker verladen können. Schwerkraft wieder her. Sterne bedeutet einmal hopp. Bitte nicht sterben. Einmal hopp. Danke, führt Aufstehen. Ende der Schwerelosigkeit. Frachtlieferung 782 wird geladen. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Ich würde sagen, das hört sich vernünftig an. Hier drüben. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen es jetzt tun. Oha. Warte, Amelia. Wo gehst du hin? Warte. Nee, nee. Mein Schachtel. Warte, den einen eben hier. Hä? Ja, fieser Doktor. Das ist ein Blatt. Sorry, Isaac. Aber damit konnte ich ihn nicht davon kommen lassen. Ich schätze, ich sollte ihm dachten, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM-Wähler geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was keinen nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Einem richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie brudelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach IG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kein hatte Recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder auch nicht.